Jawohl, Freunde, wir sind wieder da. Wir haben das Ding gewonnen gegen Wolfsburg zu Hause im eigenen Stadion. 2 zu 1 gewinnt Werder in einer Partie, wo, glaube ich, die wenigsten daran geglaubt hätten. Ich muss zu meiner Schande auch sagen, ich habe ein blödes Mauchgefühl eigentlich vor der Partie gehabt, aber ich bin umso mehr froh und umso stolzer auf die Mannschaft, dass sie hier und heute dieses Spiel mit 2 zu 1 gewonnen haben. Wirklich, also eine wunderbare Mannschaftsgleichheit. Da hat der eine für den anderen gekämpft, gerade auch in der 2. Halbzeit wurde es immer wieder hitzig. Wolfsburg immer wieder mit Vorstößen und unser Goldjunge vorne drin, Völkug, mit 2 Toren. Sau, sau wichtig, auch gerade das 2. Tor wieder hervorragend rausgespielt, auch dann vom Weiser zurückgelegt auf Völkug mit der Übersicht. Und Völkug ist eben nun mal eiskalt mit seinem 13. Saisontor. 13. Saisontor. Also wirklich, heute war Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe mich einfach nur mega, mega, mega doll gefreut über diese Leistung, die uns Werder hier und heute geboten hat. Ich hoffe, dass wir von so Leistungen auf jeden Fall auch noch mehr sehen. Wir gehen mal zur Aufstellung, benoten oder bewerten auch die Leute einzeln. Benoten ist ja, weiß ich nicht, aber bewerten. Ihr schreibt aber an der Stelle jetzt schon mal euren Man of the Match unten in die Kommentare. Wer hat euch heute richtig gut gefallen? Was war richtig positiv? Was hat euch vielleicht nicht so gut gefallen? Und lasst die 189. Ach komm, was rede ich. Komm, wir machen heute direkt mal, machen wir die 300 Likes voll für 3 Punkte, die wir geholt haben. 300 Likes für 3 Punkte muss heute drin sein. Bei so einem überraschenden Sieg, da hätte keiner mit gerechnet. So, Aufstellung war wie folgt. Pavlenka im Tor, Pipa Stark, Friedl, die Innenverteidigung ist geblieben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass diese bleiben durfte, weil ich einfach auch letztens schon gesagt habe, wenn die sich einmal richtig einspielen, ich glaube, da haben wir eine bärenstarke Innenverteidigung da hinten. Niklas Stark heute auch so eine, so eine gute Leistung wiedergebracht. In der Mitte, er rennt da alles ab. Und genau das war ein Kritikpunkt, den wir so lange hatten. Immer wieder hat das Tempo im Mittelfeld gefehlt bei Groß und Veljkovic. Halt beide eben nun mal Tempo, wenn sich nicht mit dem besten Tempo, sage ich mal, ja, ausgestattet oder geschmückt sind. Aber da eben Niklas Stark jetzt da in der Mitte ist, kann er so viel Tempo ablaufen. Hat so oft, auch wenn mal Pipa oder Friedl, jemand vorbeigekommen ist, konnte Stark rüberziehen, hat das auch noch zugemacht. Wirklich, wirklich gut. Und wir müssen es jetzt auch mal tun, wir müssen es auch machen. Ihr kennt das von mir. Wenn ein Spieler mir nicht gefällt oder wenn ein Spieler scheiße spielen, sage ich das. Aber ich sage auch genauso, wenn dieser Spieler dann ein gutes Spiel gemacht hat, dann muss man das auch sagen. Es gibt eben nicht immer nur Scheiße, Scheiße, Scheiße. Es gibt auch mal dann auch bei Spielern, die vielleicht sonst nicht so gute Leistung gezeigt haben, dann auch gute Tage. Und das hat heute definitiv Christian Groß gezählt, der heute wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. so, so viele Zweikämpfe gewonnen hat, immer wieder in den Zweikämpfen da war, ganz, ganz viel abgeräumt hat. Wolfsburg hat es auch nicht geschafft, sein Tempo irgendwie auszunutzen, dass die da tempomäßig hinter ihn gekommen sind, hinter die Kette gekommen sind. Und im Zweikampf selber ist Groß einfach auch ein leidenschaftlicher Zweikämpfer, der dann auch volle Bulle da gewesen ist. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Christian Groß. Aber auch Stay davor mit Niklas Schmidt. Ich weiß nicht, warum Google jetzt hier Jung auf der 8 hat, aber ihr wisst ja, wie es eigentlich sein soll. Jung ist natürlich aus gewesen. Niklas Schmidt, viele Bälle verteilt. Stay ein absoluter Fighter heute gewesen. In der Halbzeit haben ein paar sogar reingeschrieben gehabt in den Stream, dass sie den Weltklasse fanden. Da habe ich gesagt, da bin ich noch nicht dabei, aber ich fand ihn sehr gut. Und dabei ist es auch geblieben. Ich fand, Stay hat wirklich eine gute Partie gemacht. Waren viele Zweikämpfe da. Man hat mal einen Schuss gesehen, wie er auch mal volle den Ball draufknallen kann. Man wünscht sich so ein bisschen, dass er noch mehr irgendwie mit drin ist in dieser Formation. Noch mehr Bewegung klappt. Aber das war heute wirklich ein guter Eindruck. Sehr, sehr viel nach hinten gearbeitet. Sehr viele Lücken auch geschlossen. Und dann eben aber auch sich immer mit dem Blick nach vorne auch reingeschmissen. Das hat mir einfach kurzum sehr, sehr gut gefallen von hier in Stay. Ja, Niklas Schmidt, viele, viele Bälle verteilt. Bei Jung habe ich am Anfang so ein bisschen mir gedacht, oh, dann doch den einen oder anderen Ball direkt zum Gegner gehauen. Aber ich sage euch ganz offen und ehrlich, einfach, es war auch eine super Mannschaftsleistung im Allgemeinen. Also die Mannschaft kann sehr, sehr stolz auf sich sein, sehr froh darüber sein, wie man sich dann eben auch gezeigt hat. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wenigstens, aber heute wieder zwei, dreimal nicht ganz so gut von Marvin Duxch. Ich muss ehrlich sein, ich habe bei zwei, drei Situationen echt gesagt, boah, wenn du den einfach rüberlegst. Einmal war Völkrupp wirklich komplett blank. Wenn du Duxch den Ball da rüberkriegst, dann kann Völkrupp alleine auf dem Torwart zulaufen. Dann gab es eine Situation, wo man sagen muss, da muss Duxch halt einfach irgendwie den Ball besser kontrollieren, hat den gar nicht unter Kontrolle bekommen. Dann gab es auf der anderen Seite eine Situation im Mittelfeld, wo er den Ball dann super unter Kontrolle hat und zeigt, dass er ja technisch eigentlich das auch drauf hat. Aber irgendwie im letzten Drittel konnte er es nicht so wirklich zeigen. Heute, schade, gab mit Sicherheit auch Situationen, und wie gesagt, entweder muss er rüberlegen oder halt früher selber schießen. Das war so ein bisschen dieses Manko, dieses Zwischen-Dimensionen irgendwie, wo durchstand auch war. Völkrupp, also da müssen wir einfach nochmal betonen, der war halt einfach eiskalt, ne. Elf Meter super krass reingemacht, eine kleine Verzögerung, Keeper ausgeguckt und dann rechts unten reingeknallt. Wunderbar, das 2-0 war auch richtig, richtig gut. Von Weiser eben zurückgelegt, Völkrupp, der dann das Ding macht. Wirklich gute Leistung von Niklas Völkrupp. Auch eben da auch nochmal Mitchell Weiser, der auch hinten viele Zwei-Käfe gewonnen hat. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten. Mitchell Weiser jetzt mit der fünften Game-Karte gegen Stuttgart gesperrt. Völlig kurios, es gab ein Gerangel. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Wolfsburger das war. Auf jeden Fall gab es ein Gerangel, wo dann auch Kovac schon dazwischen gegangen ist, also von der Trainerbank hingelaufen ist, weil alle so eine Rudelbildung gemacht haben. Übrigens da auch, ihr wisst ja, ich habe Kovac sehr oft kritisiert und habe gesagt, dass ich ihn nicht so gerne mag. Da stehe ich auch zu. Aber jetzt da, diese Aktion, das fand ich sehr, sehr gut und sehr fair, dass er da hingerannt ist und Weiser praktisch mit beschützt hat, seine Jungs da weggezogen hat und die angebrüllt hat. Das ist richtig so, denn so Rudelbildungen dürften natürlich nicht passieren. Das ist völliger Quatsch gewesen auch. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber Weiser hat eben da eine gelbe Karte gesehen für diese Rangelei. Dabei war eigentlich er eher, in Anführungszeichen, das Opfer. Also habe ich nicht ganz verstanden. Weiß nicht, ob es irgendein Wort war, was er dann gesagt hat, was der Schiedsrichter mitbekommen hat. Aber ja, das habe ich auf jeden Fall nicht verstanden. Auch ein kleiner Kritikpunkt, den man noch mit reinbringen muss, ist, Niklas Stark hat seine vierte Gelbe in der ersten Halbzeit bekommen. Auch die war sehr, sehr unnötig, weil er den Ball wiederholt immer wieder, auch bei Einwürfen oder Freistoß immer wieder mitgenommen hat, einfach liegen zu lassen. Das sind so diese Neckigkeiten, die musst du einfach abstellen. Da muss man auch vielleicht auch als Trainer danach nochmal sagen, ey, lass das einfach sein, damit können wir uns so ein Spiel dann auch vermiesen. Vor allem, weil er es kurz danach wiedergemacht hat und der Schiedsrichter ihn dann auch nochmal rangen oder gesagt hat, ey, bis hier und nicht weiter. Man muss dazu natürlich dann auch positiv sagen, danach hat Niklas Stark das Ganze auch souverän bis zum Ende der 90 Minuten lang durchgespielt. Aber da habe ich schon ein bisschen Angst bekommen gehabt. Dinchy kam rein, hatte auch eine Situation vor dem 2-0, wo er den Ball eben noch drin erhält, was gut war. Das Negative war dann, hatte auch eine Situation, wo er aufs Tor gelaufen ist, da konnte er den irgendwie nicht so ganz draufkriegen. Aber das war auf jeden Fall positiv, dass er den Ball drinnen gehalten hat, bis zum Ende gelaufen ist auch. Hat für mich aber irgendwie plattgewirkt. Ich weiß nicht, wie das für euch war, aber für mich kam Dinchy irgendwie so ein bisschen erschöpft drüber. Keine Ahnung. Aber ja, Rene kam noch rein, hat einen wichtigen Zweikampf auch gewonnen gehabt. Links fand ich auch gut. Und Veljkovic kam irgendwie rein, das sah dann komisch aus. Wir haben dann irgendwie alle Schotten hinten dicht gemacht oder versucht. Haben trotzdem das 2-1 bekommen gehabt. Aber, sage ich ehrlich, ist doch am Ende auch scheißegal, denn das Ergebnis ist viel wichtiger. Und da steht eben dann auch ein 2-1-Sieg gegen Düsseldorf. Gegen Düsseldorf, genau. Gegen Wolfsburg. Und das ist das Wichtigste. Und damit sollte man auch diese drei Punkte genießen, den Samstagabend jetzt auch genießen. Einen kleinen Punkt, den ich mir noch gewünscht hätte. Weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich hätte mir echt gewünscht, die letzten 10 Minuten Salifu zu sehen, anstatt Veljkovic. Dann im Mittelfeld einfach da, der Formationsrechtlich gleich zu bleiben und Salifu reinzubringen. Ich glaube, dass er sich heute hätte zeigen können. Aber dennoch bin ich mega zufrieden mit den drei Punkten. Hätte ich niemals mit gerechnet, sage ich euch ganz ehrlich. Und freue mich einfach jetzt, dass wir diese drei Punkte hier gesichert haben. Vor dem nächsten wichtigen Spiel gegen Stuttgart. Und es stehen jetzt einige Sachen eben noch an. Und ich freue mich jetzt schon auf den Stand, nicht mit euch zu reden. Morgen gibt es dann alle Torreaktionen, Highlights aus dem Stream. Und am Dienstag dann der Deadline-Day. Der Füllkug wird natürlich mit Sicherheit jetzt nicht weniger Argumente gesammelt haben. Naja, schaltet ein.